Einer der zentralen Stränge in Future Histories ist die Auseinandersetzung mit der Frage, wie demokratische Planwirtschaften heutzutage aussehen könnten. Viele zucken zusammen, wenn sie das Wort Planwirtschaft hören, manche zucken sogar aus. Und das ist allein schon Grund genug, um ein Video zu machen zur Frage, was ist Planwirtschaft? Beim Wort Planwirtschaft, da denken viele an zentralistische Planwirtschaften, wie man sie aus der Sowjetunion oder der DDR kannte. Leere Regale, schlechte Konsumgüter und vor allem auch stark hierarchische Strukturen, in denen Fünfjahrespläne fernab von jeder bedeutungsvollen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erstellt wurden. Diese Form der Planwirtschaft, die stellt aber nur eine und, wie ich finde, absolut nicht erstrebenswerte Variante von Planwirtschaften dar. Der Begriff Planwirtschaft, der bezeichnet zunächst mal nur eine Wirtschaftsordnung, in der das wirtschaftliche Geschehen nicht durch Märkte koordiniert wird, sondern in einem bewussten und im Idealfall eben demokratischen Planungsprozess erfolgt. Es geht also um die Frage, wie man all die verschiedenen Prozesse, die mit modernen Wirtschaftstreiben verbunden sind, wie man die sinnvoll miteinander verbindet und in Beziehung setzt. In einer Marktwirtschaft, da geschieht das auf Basis von Privatproduktion, also durch Firmen oder EinzelunternehmerInnen, die in der Regel ohne Absprache untereinander produzieren, um dann auf Märkten miteinander in Konkurrenz zu drehen. Natürlich in der Hoffnung, beim Verkauf dann ihre Profite zu realisieren. Das ist leider unglaublich ineffizient. Unsere Supermärkte schmeißen täglich genießbare Lebensmittel weg, während in anderen Teilen der Welt Menschen verhungern. Und es erzeugt zudem eine strukturelle Unsicherheit. Und diese strukturelle Unsicherheit, die besteht nicht nur darin, dass der Kapitalismus wiederkehrende Krisen als einen fixen Bestandteil seiner Produktionsweise kennt. Eine weitere grundlegende und vor allem auch unnötige Unsicherheit entsteht schlicht dadurch, dass sich die einzelnen Produzentinnen und Produzenten nicht miteinander absprechen. Da sie zueinander in Konkurrenz stehen, treffen sie ihre Entscheidungen in der Regel ohne zu wissen, was die anderen Produzentinnen und Produzenten machen. Informationen darüber, was wo gebraucht wird, wer was produziert, Informationen über hilfreiche Produktionstechniken und auch Wissen insgesamt, die werden nicht geteilt, weil man hofft, sich dadurch einen Vorteil zu erschaffen. Das könnte anders sein. Der Grundgedanke hinter Planwirtschaft, der besteht nämlich darin, dass eben diese Anarchie des Marktes, in der die Beteiligten sich nicht miteinander absprechen und nur in einer vagen Hoffnung auf späteren Profit Güter produzieren, dass dieser chaotische und auch destruktive Prozess, dass der durch eine im Vorhinein stattfindende demokratische Koordination der Produktion ersetzt werden kann. Das Wissen eben geteilt wird, genauso wie Ressourcen und das erhoben wird, welche Bedürfnisse eigentlich vorliegen und das dann in einem demokratischen Prozess verhandelt wird, wie diese am besten erfüllt werden können. Wie dieser Prozess der Koordination aussieht, wie wir uns also konkrete zeitgenössische Planwirtschaften eigentlich vorstellen könnten, dazu gibt es naturgemäß unterschiedlichste Ideen und Modelle. Das reicht von digitalen Plattformen zur Vermittlung zwischen Konsumenten und Produzentinnen über die Demokratisierung großer Investitionsentscheidungen bis zu freier, universeller Grundversorgung für alle. Es würde den Rahmen dieses Videos hier sprengen, die einzelnen Modelle hier vorzustellen, aber ihr findet in der Videobeschreibung Links zu einigen Gesprächen mit meinen Gästen, in denen ich diesen Fragen in aller Tiefe nachgehe. Wichtig ist, finde ich, die Feststellung, dass die derzeitige, unglaublich destruktive Form des Wirtschaftens, dass die nicht alternativlos ist. Es muss eben nicht in der blinden Hoffnung auf spätere Profite nebeneinander herproduziert werden, um dann später erst herauszufinden, was am Ende eigentlich tatsächlich gebraucht worden ist, wie das in der Marktwirtschaft eben der Fall ist. Und fühlt man sich vor Augen, was das für soziale und auch ökologische Katastrophen produziert, dann wird eigentlich schnell klar, dass diese Form des Wirtschaftens, dass die keine Zukunft hat. Wir müssen uns einfach auch im Vorhinein miteinander koordinieren und auch das Wirtschaftsleben nach demokratischen Prinzipien organisieren, um den Herausforderungen der Zeit wirklich gewachsen zu sein. Hierfür braucht es aber eine fundamental andere Wirtschaftsordnung. Denn die Demokratisierung der Wirtschaft, die ist mit Marktwirtschaft wirklich grundsätzlich nicht vereinbar. Marktwirtschaft, die basiert ja in ihren Grundstrukturen auf Konkurrenz, Ausschluss und Profitstreben. Es braucht also neue Wirtschaftsordnungen, die in der Lage sind, die Bedürfnisse aller wirklich zu berücksichtigen und wirtschaftliche Organisationen entlang demokratischer, nachhaltiger und kooperativer Strukturen zu organisieren. Warum demokratische Planwirtschaft dafür eine überaus spannende und auch vielversprechende Kandidatin ist, das diskutiere ich mit verschiedensten Gästen in Future Histories und ich möchte euch alle herzlich dazu einladen, euch ernsthaft auf diese Debatte einzulassen. Bitte schiebt es nicht einfach weg mit einem Hinweis auf, das hatten wir schon, das hat nicht funktioniert oder gleich Gulag, Gulag. Hört euch bitte die Gespräche an, die wir da geführt haben, das hat einiges an Substanz. Ihr findet alle Folgen auf www.futurehistories.today und natürlich hier in diesem YouTube-Kanal. Bitte gerne abonnieren und mit Daumen hoch versehen. Bis dahin, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank.